ja willkommen mein name ist aniel p und ich begrüße euch zurück zu let's play kingdom of memories reverse rebirth in der zufolge haben wir nimmerland abgeschlossen und haben hook erledigt und meine hp haben sich deutlich geändert ich bin jetzt auf level 20 und habe nur hp erhöht ich konnte schon ein paar mal angst kraft erhöhen was ich am liebsten so schnell wie möglich machen würde aber wir gehen jetzt erst mal heraus ich habe es geschafft hier den raum der ruhe oder vorgegeben des siegers in anderen raum umzwangeln aus versehen natürlich also kann ich jetzt nicht vor diesen raum speichern in diesem raum meine ich sondern nur vor dem raum ja ich glaube ein bisschen komisch ich habe jetzt kommt nicht direkt ein boss oder so ich bin zwar jetzt ein bisschen habe ich sie stärker aber muss ja nicht direkt sein ja noch irgendwas nicht gott nicht gut kommen mit mir bro wird er nicht wechseln gar keiner okay ja sie ist voll aber hat sie kommt jetzt was 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 happening to sora nomine's powers are being used to shuffle his memories as we speak marlutia may well succeed in getting his puppet sora would be a valuable asset to the organization but marlutia and loxine's actions they leave me quite uneasy and then there is axel who knows what that one is thinking vexen should take care of this his replica is soon to be completed but vexen despises marlutia think of the mess it would make so we must tell him isn't it better that vexen clean up the mess than leave it to us wir wissen noch nichts von dem verrat von den geplanten das gut nur schlecht magst du wieder eine typ denn haben unter welcher wehens weiß seinen namen aber vielleicht weil wir aber die sechner ausspricht irgendwie anders als ob mein gott aber naisen das ist nur der übrige schnappen wir uns das und ja die leiten schon mal die kopie vor jetzt sind wir auf uns ist wahrscheinlich und ja das heißt unser zweiter nerviger gegner kommt schon mal als nächstes erst wechseln dann riko wir sprechen jetzt ich habe genug karten hoffentlich wir präschen jetzt hier so hat von durch traverse travers und zunächst einen stockwerk weil ich bin schon stark in die kochen nicht anstand sehr gut irgendwie auskippen hinbekommen in dem freut mich jetzt voll ich kann mir auch stimmt ich kann mir ja keine schütze mache bringen wir sind ich kann ja keine taten weil ich einfach schon fragen die ganze schatz karten es geht anstand ja ich habe spaß lasst mich meine angst kraft gerne erhöhen wo ich gewesen so viele der gegner mit den seien der wusste die türen die türen so so eine strategie mal angewöhnt aber schnell wenig karten habe ich nur dann kann ich das hier nicht machen und das hier ich glaube zu travestig ergehen sollen wissi tümi ja da hat es eigentlich ausweichen ich bin ich wieder ein bisschen für dort war dann auch aufzutauchen zwei und drei zwischen den panzer typen wiederlegen so gucken wir mal die tür nicht da ist oh mein gott unnötig ich glaube nicht so blöd eine blöde tür zu finden das war eigentlich schon fast davor seien perfekt noch einen speichelpunkt diese blöden viecher ich habe gar nicht so gute karten ja 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 schlichte karten ordentlich aber kann ich speichern egal ich werde das schon schaffen wir haben uns auch danke weg weg das ist nicht richtig her mein gott ich gehe richtig auf den kämpfeindlich schon wieder wenn ich beinahe reingeflogen war direkt hier wirklich ich wollte schon sagen jetzt hier schon wieder bleiben muss gönnt mich doch mal ich gehe jetzt einfach durch diese tür durch ich könnte mich nicht aufhalten ich wollte den blöden panzer ist doch kaputt der röster panzer das ist der panzer aus sonne was habe ich für karten ja der die keine kombo ja 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 das ja 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 hey mickey line oh he's a big pot das war nur so schlechte karten denn ja 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 hey so lange man weiß was Ich habe nur vier Karten, was? Ich werde die auch bei Kombinationen wegkommen, aber leid? Ja, super. Das können ganz viel Kombinationen. Ich will meine Karten setzen, okay. Jetzt habe ich ein Problem. So bin ich karten, ey, ich bin zufrieden. Ich bin da durch. Ich werde euch jetzt gegen den Boss kämpfen. Ich leck mich an. Oh mein Gott. Da habe ich so Karten ab. Da habe ich mit drei oder vier Karten. Dann habe ich auch noch zehn Karten oder so. Ich glaube, ich hätte jetzt zuerst gehen. Dreck, lass mich hier gleich mit dem Bosskampf gehen. Okay. Warum kommt für ihn extra Kratzen? Wusste ich? Ich habe jetzt keine Probleme, aber alles andere. 88, das ist noch viel zu viel. Ja. Wo muss ich hin? Ja. Das muss man erledigen. Genau so. Ende mit der Welt. Nein. Nein. Was ist das? Nein. 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 Ei, nicht so. Nein. Nein, ich habe noch ein. Ich habe den Ohr. Ich habe einen starken Klab. Ich habe einen. Ich habe mich das. Ich habe einen Tor. Ich habe einen. Ohr. Ich habe einen. wir noch das war ein anfangspiel nämlich also möchte ich verarschen ich habe keine achten pissa er wird noch ein das kann ja also karten ja ich natürlich nicht wir haben gut gewesen im boss kampf wo wir sie ja über drei machen den nächsten post platt als einer kommt immer an setzen und von diesem set das bekommen hat irgendjemand muss mehr neue karten geben da bitte nicht wechseln bitte wechseln irgendwas sagt mir dann geht hier auf jeden fall kommen ich werde zwei stunden schon fast mit der hälfte hier durch nämlich mal muss gar nicht so hoch breiten oder jetzt mal ich hätte mir alles kommt zu sagen ehrlich ja komm herrkmi Huh? What are you supposed to be? Surprised? I guess you should be. After all, I look just like you. I'll tell you what I am. I'm an exact replica of you that Vexen made from your data. So you're a fake me? Not a fake! I don't care if you're real. You're not better. We share the same body and the same talents. But there is one easy way to tell us apart, though. Unlike you, I fear nothing. Are you calling me a coward? You're afraid of the dark. The darkness inside you still frightens you, no matter what you say. But I'm different. I embrace the darkness. I can make it do whatever I want. I can wipe the floor with you. I can wipe the floor with you. Oh, okay. We're getting here. Du bist hier. Ich bin hier. Wir kämpfen. Du bist ich. Ich bin du. Wer kämpft? Der da bin ich. Ich hab glaube ich nicht die ganze. Du bist hier. Ich schaister. Halt. Ich hab dich immer noch dabei joueret. mal zu Ende machen das war schon hier ja 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 wenn ich jetzt irgendwas machen danke ja 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 das ist luftgold ja vollkommen zerstört ausgezeichnet genauso muss das spiel ablaufen ausgezeichnet ich habe ihn so auseinander genommen ich dachte ich habe dich zu sagen, dass du das Boden mit mir schraubst nicht vergessen, dass ich noch neu bin ich werde stärker und stärker werden die nächste Zeit, wenn wir kämpfen, sind wir fertig dann kämpfen wir jetzt! ha 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 it's nice having darkness on my side you are so missing out how could you be scared of something that can be so thrilling enough so now the coward is playing tough so long real thing hope you don't miss me komm zurück! keine Ahnung, ich bin kein verdammt okay ich brauche trotzdem ein paar neue karten für die nächste welt hier O destino wie ist das echte Leica? Er ist schmerzlos. In kein Zeitpunkt. Ich werde besser als er. In der Zwischenzeit, würdest du interessiert, einen anderen zu treffen, der ein Hero ist? Du meinst Sora. Ich höre ihn irgendwo im Kastel. Willst du mich erinnert? Wir werden sehen. Ja. Ich möchte dich gut ausführen. Keine Angst. Der echte Riku ist nichts. Sora wird nicht sein. Sie sind kein Spiel für mich. Komm raus! Schau dir selbst, falsche! Falsche? Oh nein. Das ist nicht genau das richtige Wort. Was sagst du? Er ist nur eine Kopie von mir? Er ist eher ein Modell. Er ist ein Beispiel von dem, was du versuchen, zu sein. Er akzeptiert die Schmerzen. Er ist einfach, wie du schon einmal nicht helfen kannst, aber ich mich nicht erinnert. Aber jetzt bist du Angst. Vielleicht bist du derjenige, der furcht ist. Furcht ist, wenn du keine Angst hast. Wenn ich Angst hast, der Schmerzen? Ja, kannst du mal auf in den Leute reinzurennen, die dich einfach so wegstoßen. Du kannst nicht mehr Kampf, wenn du musst. Du wirst endlich lernen. Du kannst nicht die Schmerzen. Ja, das ist ja eine Ausbildung. Ja, die Arena. Ja, die Arena. Ja, die Arena. Ja, die Arena. ja schon die hälfte des schlosses hinter uns gleich sehr gut okay dann mache ich mal hier einen schritt und wir sehen uns an der nächste folge und sagen auch wenn die nächste welt machen ich bin ich froh aus dem konzept dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge